Liebe Zuschauer, im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich euch ein frohes neues Jagdjahr und sage herzlich willkommen zur ersten DOZ-News-Folge im April. Ja, es ist das Aufregerthema der vergangenen Tage. Botswanas Präsident Massisi will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Hintergrund des Ganzen war das angestrebte Importverbot von Jagdtrophäen, das die Grünen durch den Bundestag bringen wollen. Denn dieses würde laut der boswanischen Regierung die eh schon angespannte Situation mit den rund 130.000 Dickhäutern im afrikanischen Land weiter verschlimmern, weil eine kontrollierte Jagd dann kaum noch möglich sei. Das Angebot ist übrigens nicht als Scherz gemeint, denn Massisi ist stinksauer, vor allem auf Umweltministerin Steffi Lemke. Zur Bild-Zeitung sagte er, es ist sehr einfach in Berlin zu sitzen und eine Meinung zu haben zu unseren Angelegenheiten. Wir zahlen den Preis dafür, dass wir diese Tiere für die Welt erhalten und sogar für Lemkes Partei. Von den Grünen kam bisher, wer hätte es gedacht, noch keine Lösung. Problem Wolf bleibt offen, und zwar in Niedersachsen. Denn dort war für die Region Hannover eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme eines Wolfes ausgestellt worden. Sehr zum Leidwesen der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V., die dagegen gerichtlich vorgehen wollten. Nix da, sagt das Verwaltungsgericht Oldenburg, das den Eilantrag der selbsternannten Tierschützer zurückwies. Dagegen legten die Wolfsschützer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein, doch wieder nix. Auch das OVG wies die Beschwerde zurück. Damit steht der Entnahme erstmal nichts im Weg. Weidetierhalter und Landbevölkerung dürfte das freuen. Immer wieder finden wir Jäger abgeladenen Müll im Wald, besonders gerne in der Nähe von Straßen. In aller Regel ist der Schuldige unauffindbar. Anders in einem Fall im Kreis Euskirchen in NRW. Polizeiangaben zufolge stellten zwei aufmerksame Jäger bei Mechernich Weiher ein verdächtiges Fahrzeug mit Anhänger fest. Die Grünröcke beobachteten wie zwei Männer Asbestplatten und Bauschutt neben einem Waldweg entsorgten und flüchteten. Sie verständigten die Polizei und die Umweltfreifler konnten anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Anzeige ist raus. Der Goldschakal breitet sich weiter aus. In Schleswig-Holstein kam es jetzt zu einem eindeutigen Nachweis der Raubwildart mittels Wildkamera. Es handelt sich um den dritten eindeutigen Nachweis seit 2017, wie das Landesamt für Umwelt mitteilt. Das Foto stammt aus dem Landkreis Steinburg. Der Goldschakal ist nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in der Europäischen Union geschützt. Er wird nicht in der Liste der jagdbaren Arten nach dem Bundesjagdgesetz aufgeführt und darf demnach nicht bejagt werden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird auch in diesem Jahr die Anschaffung von Drohnen zur Rekizretterung finanziell fördern. Anträge können bis zum 14. Juni gestellt werden. Antragsberechtigt sind eingetragene Kreisjagdvereine, Jägervereinigungen auf Kreisebene in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins oder andere eingetragene Vereine auf regionaler oder lokaler Ebene. Insgesamt stehen diesmal 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Vielen Dank fürs Einschalten. Das waren die DOZ-News dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil.